Es gab mal wieder einen neuen Community Crunch, neue Mods wurden vorgestellt und wie es immer so ist bei diesen ganzen Videos, die Mods werden immer übelst schön dargestellt im Foto-Modus und was weiß ich nicht alles, aber was die Mods wirklich können und ob sie Potenzial haben etc., das seht ihr jetzt hier. Ich habe mir mal wieder zwei davon rausgepickt und die testen wir jetzt einfach mal. Fangen wir mit der Plaster Structure Z Mod an. Kurz und knapp erklärt, es ist eine Mod, die einfach neue Strukturen reinhält. Die Metallstrukturen gehören jetzt nicht dazu, das sind Standard-Metallstrukturen. Viel gibt es jetzt hier nicht zu sagen, bis auf das ich hier unten falsch gebaut habe. Das sind einfach andere Strukturen, die sind angelehnt an ein modernes Gebäude bauen etc. Demzufolge haben wir jetzt hier zwei neue Foundations. So sieht das Ganze aus. Wir haben neue Pillars in verschiedenen Optiken. Also an sich finde ich es sehr schön, gerade wenn man jetzt Scorch Earth, also wenn man jetzt an Scorch Earth denkt zum Beispiel, da macht es schon Sinn, wenn man mal wieder andere Strukturen hat, die einfach nicht aus Metall bestehen und es einfach schöner aussieht. Finde ich persönlich ganz cool. Türen etc. funktionieren auch. Wie gesagt, das Fenster habe ich halt falsch gebaut. Ihr seht aber schon einen großen Manko und zwar ist hier wieder eine Struktur von der einen Seite einfach noch nicht bearbeitet. Ich weiß nicht, es ist bestimmt einfach nur ein Fehler. Es dem Entwickler einfach nur passiert und mein Gott, passiert jedem mal. Ich finde es nur immer sehr, sehr krass, wenn man etwas vorstellt auf einer Plattform. Also ich weiß nicht, ich möchte da jetzt niemanden eine Schuld zuschieben oder so, aber man dann so eine halbfertige Kacke sieht. Das macht einfach ein schlechtes Licht. Also es tut mir in dem Moment halt echt leid für den Mod-Entwickler, weil die Leute geben sich ja Mühe und sowas stört Leute extrem. Die kommen rein und sehen, genauso wie hier, ihr seht jetzt die Lücke, von der Seite ist die Mod halt scheinbar hier an diesen Objekten nicht bearbeitet. Man kann jetzt hier durchschauen durch die Seite, eigentlich müsste da jetzt halt ein Balken sein. Das sind so Kleinigkeiten, die stören Leute extrem. Wenn das andere Leute sehen, die das jetzt nicht objektiv betrachten, die sagen sich, so eine Kacke ist ja gar nicht fertig, boom, weg. Die fassen diese Mod halt nie wieder an. Und das finde ich immer sehr, sehr schade, denn Leute haben ein ganz komisches Verständnis für Mods, habe ich gemerkt. Also viele haben Angst vor Mods, weil sie denken, ihr Computer explodiert. Andere Leute wollen Mods partout nicht, weil sie denken, das ist alles Kacke, was da gemacht wird. Und wenn dann solche Fehler auftauchen, bestätigt das denen ihr Denken. Und dadurch verlieren Mods an Relevanz. Denn vom Prinzip her finde ich die Idee eigentlich echt cool. Ich finde es auch eigentlich ganz schön. Hier und da könnte man vielleicht noch ein bisschen polieren. Aber ansonsten finde ich eigentlich, sieht das ganz cool aus. Was mir persönlich noch übel aufstößt, aber das sage ich bei fast jeder Mod, weil es einfach auf jeden Modentwickler zutrifft. Es gibt im Devkit, gibt es eine Option, dass man auswählen kann, welche Grundstruktur hat die Mod. Tetch, Wood, Stone, Adobe, Metall, bla bla bla. So, ich bin absolut nicht im Modding drin. Ich habe mich da nur mal ein paar Stunden beschäftigt, meine eigene Kiste erstellt und so weiter, aber mich so ein bisschen mit den Grundfunktionen beschäftigt. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass extrem viele Modentwickler das eben nicht tun in dieser Hinsicht, denn alles besteht wieder mal aus Metall. Es ist alles Metall. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so gut ist, dass man immer alles aus der Metallstruktur macht. Denn das hat im Umkehrschluss halt einen großen Nachteil und der ist einfach folgender. Wenn man solche Strukturen einführt, hat man zwei Optionen. Entweder man lässt alle Standardstrukturen da, wenn ich jetzt hier Wall zum Beispiel mal eingebe. Ich habe jetzt hier halt auf dem Test über viele Walls. Man lässt alle da, sodass man den Leuten eine komplette Freiheit lässt, was baut man. Problem daran ist, durch das sie verschiedene Lebenspunkte haben, verschieden von Decay getriggert werden, führt das dazu, dass es auf dem Server eine Unbalance gibt. Denn wenn man alles aus Metall macht, ist es im Umkehrschluss, die Strukturen werden, lasst mich lügen, Metall waren glaube ich 16 Tage, 16 Tage lang nicht decayen. Das heißt, jemand kommt hin, baut sich hier diese Wall einfach irgendwo hin, geht wieder offline, hat einen Spawnpunkt für 16 Tage blockiert. Ja, natürlich kann der Admin das wegmachen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, euer Server soll sich automatisiert betreiben, sage ich jetzt mal. Dann ist sowas extrem kontraproduktiv. Genauso ist es halt auch, wenn die Standardstrukturen, keine Ahnung, 5 Holz kosten. Und aber auch nur eine Haltbarkeit von 5 Holz haben, ist das natürlich unpraktisch, in, keine Ahnung, ich sag mal, in einem Weiwernnest auf Scotch-Earth aus Holz zu bauen. Ganz klar. Wenn man jetzt aber diese Strukturen hier verwendet, und die haben jetzt eine höhere Haltbarkeit, kosten aber ebenfalls nur 5 Holz, dann ist das halt sehr, sehr fragwürdig. Die Kosten sind hier zum Glück auf Metall angelehnt. Denzufolge denke ich, das ist gewollt. Denzufolge ist das für mich auch völlig fein. Hat jetzt in dem Sinne sozusagen nichts mit der Mod zu tun, ich wollte es aber nur mal erwähnt haben, denn sehr, sehr viele machen das leider. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Sowas kann halt, wie gesagt, extrem schnell eine Anbalance führen. Ja, was ist mein Fazit zu der Mod? Die Idee finde ich mega nice. Die Umsetzung finde ich auch gut. Und hier und da müsste man noch ein bisschen polieren. Ein paar Kleinigkeiten rausmachen. Ich bin gespannt, ob neue Strukturen hier dazukommen werden. Ich bin aber auch soweit ehrlich, wenn mich niemand darauf anspricht, ist das jetzt keine Mod, wo ich sagen würde, ja, die gucke ich mir in 3-4 Monaten nochmal an. Also da muss man schon eher Bock drauf haben, dass es auch, ja, dass es dabei bleibt, sag ich mal, um die Mod weiter zu beobachten. Ansonsten, ja, ganz nett. Kann man drauf nehmen. Vielleicht, wie gesagt, gerade PvE-Technik für Scorch Earth oder so. Es ist, denke ich, eine schöne Alternative zu den Adobe-Strukturen. Und ja, was haltet ihr von der Mod? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Over and out. Pitch. Pitch. Im Video. Ersnifft.